Zürich Zürich Das ist der F-C7 Team und jetzt bereits in den nächsten Anflug in Formation Delta die breiteste Formation Spannweite über 70 Meter die gleich Spannweite wie Jumbo Jet Ja logisch Ja logisch Ja 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 Mit der einzelnen Vorführung im Aus so können Sie die attraktiven Formationswechsel direkt mitverfolgen Zwar nehmen Sie jetzt den Wechsel bereits zum nächsten Wechsel von Superfest zum Teil und danach zu der Formation Balken und die einzelnen Formationswechsel passieren innerhalb von einigen Sekunden Das sieht alles ganz einfach aus aber ich kann Ihnen versichern mit einer Geschwindigkeit von 350 Stundenkilometer und einem Anstand von 3 bis 4 Metern zwischen den Flugzeugen braucht es da